Soos, äh, ich musste gerade nochmal eine neue Spracherkennung machen, weil mein scheiß PC mit der scheiß Mikro-Konfiguration nicht gespeichert hat. Äh, ja, noch einmal auf meinem Desktop, Thema Rocket League-Turnier. Ich habe gesehen, die Beteiligung daran, bzw. der Wunsch danach ist relativ hoch. Insofern, ähm, ja, wird es das vielleicht auch geben, je nachdem. Und zwar geht es darum, einen günstigen Termin zu finden. Ähm, ich möchte es gerne nächste Woche über die Bühne bringen, also... Ja, relativ kurzfristig. Und zwar habe ich mir gedacht, da ich in der Woche aufgrund von Schule, also von Abendschule und aufgrund von Arbeit ein bisschen verhindert bin. Und nächste Woche kommt ja dann auch noch, äh, StarCraft, da muss ich auch noch Aufnahmen machen, kurzfristig. Wird das nächste Woche innerhalb der Woche schwer möglich sein. Deswegen habe ich mir das Wochenende ausgeguckt. Und zwar den 14.00 Uhr, den 15.00 Uhr. Und zwar entweder 14.00 Uhr, 16.00 Uhr oder 18.00 Uhr. Oder vielleicht sogar 20.00 Uhr, je nachdem. Ähm, schreibt einfach die Kommentare. Und zwar in die Kommentare rein, für was ihr seid. Entweder den 14.00 Uhr oder den 15.00 Uhr, dann für welche Uhrzeit. 14.00 Uhr, 16.00 Uhr, 18.00 Uhr oder 20.00 Uhr. Dass wir da so ein paar Leute zusammenbekommen. Ähm, ja, wie ich gehört habe, Markus holt noch den Dave mit dabei. Den kennt ihr vielleicht aus meinen, äh, kleinen Clips von Heroes of the Storm. Falls nicht, wird er euch eh den Arsch aufreißen. Oder auch nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Das einzige, das einzige Problem, was ich mit Drucken liegt habe, ist halt nur, dass die Dateien so saumäßig mega groß sind. Insofern mal gucken, wie ich es mache. Ähm, ja, schreibt einfach in die Kommentare rein, für welchen Tag und welche Uhrzeit ihr seid. Und dann kann ich im Nachhinein noch klären, wie ein genauer Ablauf sein wird. Ich denke mal, das wird relativ zügig über die Bühne gehen. Vielleicht sogar schon am Wochenende bekommt ihr noch ein Video dazu. Ähm, ja, ansonsten sage ich, äh, ja. Gute Beseiligung und, äh, ja, äh, bis dahin. Tschüss.